Leute, ich wollte euch noch mal sagen, und zwar habe ich mir einen Koffer besorgt, und zwar seht ihr den hier, Leute, das ist der Koffer, und zwar, Leute, ist der einfach Passwort geschützt, wir gehen rein, geben unser Passwort, eines weißen Alpha nicht, und dann haben wir jede Menge Emeralds! Ey, Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bonds Bad Wars mit Alpha! Was geht mit Bonds? Was geht? Was geht mit Bonds Bad Wars, Alter? Wir haben schon ewig kein Bonds Bad Wars gespielt, und ihr habt es euch halt gewünscht, Leute, dass wir wieder Bonds Bad Wars spielen, also spielen wir heute wieder Bonds Bad Wars. Hattest du gerade gesagt Bonds Bad Wars? Bonds Bad Wars, Leute, ich kann nicht mehr reden, ich habe heute Sprachfehler, glaube ich. Was geht? Was geht? Was geht? So, ich koche mir gerade, ich gebe mir jetzt erstmal Alpha. Ich gehe gleich in die Mitte, Alter. Ey, ich gehe auch gleich in die Mitte. Ey, du bist ja schon fast in der Mitte, Alter, als ob. Ich gehe gleich in die Mitte, Alter. Juma, bist du schon da? Ich gehe gleich in die Mitte, wirklich. Juma, geh aus der Mitte raus, Alpha. Du und 10, bitte nur 10, nur 10. Nein, Alter, für was brauchst du 10? Emeralds, Alter. Hä, was willst du damit kaufen? Für die Splitsacke, gib Splitsacke. Ach so, für die neue Splitsacke, ey, ich brauche auch noch, bitte, 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 ich brauche auch noch Emeralds. Gönn mir doch, Alter. Äh, nein. Bitte, Alpha. Du, wie ich dich kenne, nein. Ey, Junge, wie viel hast du schon gefahren? Nur ganz bisschen. Was, nur ganz bisschen, Alter? Gib ab, Alter, gib dir bitte. Ey, du farbst mehr als 10. Nein, ich esse. Junge, das warst du nicht für 500 oder so gefahren, Alter. Ciao. Ja, Mann, Alter, ich habe dich gerade einfach runtergekommen verdient, Junge. kam, Alter. Du hast gesagt, du farbst noch 10 und hast du die ganze Zeit gefahren, Alter. Dafür habe ich dich runtergehauen. Nur 10. Ey, was werde ich sehen? Was willst du machen, Alter? Was willst du tun? Denkst auch cool, aber gewiss ich cool. Ja, was willst du tun? Ey, ich farb die ganze Zeit damit. Oh, schöne Emeralds, Alter. So viele Emeralds, Junge, Alter. Ich komme gleich rüber. Hm, lecker Emeralds. Lecker, lecker. Ein Saison, zwei Euro Emeralds. Was geht? Gib. Hä, was? Ciao. Junge, wie du einfach denkst, Alter, dass du mich besiegen kannst, Junge. Glaub doch nicht, Alter. Glaub doch nicht. Hä? Du kannst mich nicht so einfach besiegen. Ey, ich farb die ganze Zeit 24 Emeralds schon, Alter. Oh, das schmeckt richtig, Alter. Oh, ja. Die Witte ist so gut, Mann. Was geht? Okay. 20, geht es wieder zurück? Ich brauche wirklich gutes Zeug, dass ich dich besiegen kann. Heute mache ich dich fertig. Heute hast du keine Chance. Ja, ja, ja. Das sagen sie alle. Und am Ende bist du auf dem Teller. Hä, was? Ich lade an, am Ende. Du landest auf dem Teller. Alter, ich mache aus den Kommissern. Du sauer. Denk nicht, Alter. Du hast keine Chance, Alter. Leute, bleib schon mal endlich auf eurem Teller. Warum die alle Ente essen, Junge? Was geht? Ey, du kannst den Leuten nicht verbieten, wenn die irgendwas Bestimmtes essen wollen, wie gesagt. Ja, Mann. Warum verfolgst du mich? Hä? Weil ich Spaß haben will mit dir. Komm her, Alfa. Was geht? Und? Besiegt, Alter. What it? Ich habe übrigens das Stattel. Ich habe mich heute zu machen. Hä? Nein, ich gönne dir noch Zeit, Alter. Ich gebe dir noch Zeit, hä? Ich sehe nichts. Alles weg. Nein. Oha. Junge, du kannst nichts gewiss machen. Aber Alfa. Hä? Ey, ich lasse dir gleich die Mitte zum Farben, okay? Ich lasse dir einfach die Mitte, Junge. Ja, du kannst mir die Firma lassen, okay? Hä? Was für eine Firma, Alter? Nein, du kannst sie mir für immer lassen. Ach so, Alter. Was geht? Ich habe gerade gedacht, Firma, Alter. Alfa, Popo, geh mir her. Bleib her. Nimm die Mitte einfach. Ja, du kannst mir auch eine Firma schenken. Hä? Was geht? Ente Firma? Du sauerst 2.0. Hä? Was für Ente ist du sauerst, Firma, Alter? Egal. Äh, Alfa, was geht bei dir so? Ich gehe ins Farben. Oha, du gehst Farben, Alter. Echt jetzt? Ja. Du kannst ein bisschen. Du kannst ein bisschen. Du kannst ein kleines Stück. Ey, ich habe ein Geschenk für dich, Alfa. Ja, doch nicht. Warte mal, ich gehe mal kurz zu deiner Base. Warum? Warum? Okay, okay, alles gut. Ja, ich gehe mal kurz zu deiner Base, Alter. Ich platziere kurz was. Willst du Farben, okay? Ja, ja, Farben, alles gut, alles gut. Nein, Ente, ich sehe es. Hä, was siehst du? Nein, Ente. Hä, was denn? Was meinst du? Ich kann nicht mehr zurückgehen. Ich werde draufgehen. Hä, wieso wirst du draufgehen? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ente, ich muss bei dir einkaufen gehen. Hä, wieso bei mir, Alter? Jo, du warst mein Wettdach ab oder so. Nein. Hey, ich kaufe auch ein, okay? Ich gehöre gerade in Cases. Ich habe Angst. Ich kann nicht mehr zurückgehen. Ja, dann komm doch bei mir. Kauf bei mir ein, ist okay. Ich gebe mir gerade fette Rüstung. Ey, du bist so ein guter Freund. Ja, Mann, Alter. Guck mal, ich lasse dich bei mir einkaufen, alles wieder. Ich würde dir so gute Rüstung schenken, wenn ich die gleich kriege. Hä, Alter, echt jetzt? Ich würde dir alles schenken, Ente. Hä, wirklich? Als ob? Ja, ja. Oh, warte kurz. Ich muss kurz wegpacken. Äh, Alfa. Das musst du wegpacken. Hä, gar nichts. Ich mache nur Kiste auf. Jo, du hast gar nichts gesehen, oder? Nee. Ey, guck doch, was du bekommst. Nicht, dass du was Gutes bekommst. Ja, ich kriege nichts Gutes. Oh, da war ein Schwert dabei. Gibt es Schwert her? Ja, ich habe noch viel zu entdecken. Ich habe nicht so stark, Ente. Schwert her? Ich sage, jetzt heben hier. Ja, bitteschön, heben. Ey, du hast mir eingesammelt. Hä, wie? Ich habe Staubsauger. Ey, lol. Ciao. Geh, warte mal, was kaufe ich jetzt ein? Ich muss überlegen, Alter. Hier, da, da liegt es. Danke, Bro. Ey, warte, ich gebe mir gerade richtig fette Cases noch. Er hängt das Schwert auf. Da, nimm es jetzt endlich. Ich will es dir doch die ganze Zeit geben, Alter. Ey, du hast Flamme auf, Alter. Bitteschön, Junge, was mit dem jetzt, Alter? Ich mache dich fertig. Komm her. Oha. Lass dich einmal gewinnen hier. Hau mal. Nein. So, Alfa. Okay, wir sind keine Freunde mehr. Ey, was? Du, keine Freunde mehr, Alter? Jetzt ist es vorbei. Hä, wieso? Ja, Alter, schön angegriffen. Oh, so, Alter, da wurde wohl jemand weggepatzt. Oha, Alter. So, warte, ich baue es lieber mal ab. Das ist voll geweint, Alter. Das kann man nicht abbauen. Hey, das kann man nicht abbauen, oder was? Nein, ich muss das komplett benutzen. Oha, Alter. Funktioniert doch. Äh, Alter, was hast du in der Hand? Hä, gar nichts. Alter, was ist? Ey. Hä, was denn? Was soll ich deiner Hand haben? Das gibt es nicht im Shop. Hä, was denn? Was meinst du? Hä, das ist ein Bogen, Alter. Das war ein Koffer. Hä, was ist so ein Koffer? Gib. Hä, Koffer? Ach, der Koffer. Meinst du den? Hä, den habe ich gefunden, Alter. Ich will nur kurz gucken, Alter. Wir sind ja eine gute Freundin. Kannst du mir auch kurz zeigen? Hä, der da? Was geht? Hä? Das ist ein Passwort. Ja, und? Keine Ahnung. Ich habe das Passwort, Alter. Hey, ich habe das... Nein, 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 nein. Nein. Alfa. Junge. Ich werde mich jetzt besiegen. Das ist wichtig, Alter. Nein, bitte der Koffer. Bitte, der ist wichtig, Alter. Gehe das Passwort, Alter. Junge, der Koffer ist wichtig. Bitte, Alter. Gehe das Passwort. Junge, welches Passwort? Für was? Da muss mein Passwort... Ich spring gleich, Alter. Nein, nein, bitte. Junge, der Koffer ist übelst wichtig. Alter, der Koffer ist wichtiger als deine Existenz, Alter. Sag mir, was da drin ist. Äh, keine Ahnung. Du kannst mich nicht mehr besiegen. Es wird runterfallen. Junge, Alter, du stehst schon fast auf der Kippe. Hör auf. Bitte, geh da weg, Alter. Bitte. Nein. Bleib stehen. Junge. Ich muss gleich ab. Nein. Bitte, Alfa. Ja, okay, ich sag's dir. Ich sag's dir. Beruhig dich, okay? Ich sag's dir. Ja. Äh, da ist ein Passwort. Ja. Ja, ich gebe ein. Ja, such selber raus. Findest du eh nicht, Alter. Alter, ich wünsch dir viel Spaß mit dem Koffer. Du kriegst das Passwort eh nicht raus. Ente. Das war's gut. Das ist nicht, aber Passwort kriegst du eh nicht raus, Alter. Wo steht das Passwort? Ja, Passwort bekommst du eh nicht raus, Alter. Als ob du das rauskriegst, Junge. Als ob du so smart bist, Junge. Ente, du wirst es irgendwann sehen. Hä, kannst du eh nicht knacken. Was geht? Was verheimlicht du von mir? Hä, gar nix. Der Koffer ist einfach nur ein schwarzer Koffer. Keine Ahnung. Vielleicht hab ich da Sachen für die Schule drin oder so. Dann muss ich das Passwort aus dir rausholen. Hä, aus mir? Ja. Alter, Junge, ich gönne mir grad so viel Stuff, Alter. Meine ganze Base ist voller Items. Bist du ein Irrenmann, Ente? Ja, mein Ente, bin ich halt wirklich. Ich hab doch deinen Flammenwerfer bekommen. Und das hast du schon rausgefunden. Safe nicht, oder? Äh, doch nicht. Alter, Junge, das kämpft du niemals. Ich hab eine neue Methode entwickelt, wie man Passwörter knacken kann. Ich war irgendwann auf so einer Internetseite und hab geguckt, was für Passwörter typische Passwörter sind. Ey, nein, ich krieg voll schon an. Ey, flieg um, Alter. Ey, Junge, wo hast du die Waffe? Junge, Alter, ey, gewinne ich bin low. Bitte, Alfa. Junge, ich bin ja ein bisschen low. Alfa, bitte. Ey, wo hast du denn das gute Stuff, Alter? Wo hast du... Ey! Alter, wo hast du die ganzen Items? Gib das Passwort. Hä? Gib das Passwort. Ah, warum hast du so einen guten Stuff, Alter? Gib das Passwort. Ja, Junge, was soll ich denn machen? Nein, ich geb dir das Passwort nicht, Alter. Warum nicht? Äh, weil? Soll ich dich runterschmeißen. Nein, bitte. Bitte schmeiß dich runter, Alter. Bitte nicht runterschmeißen. Was hast du hier platziert, Ente? Das bringt dir überhaupt nichts. Hä? Ey, meine Items sind alle gelöscht. Nein, ich hab meine Items gelöscht. Die lagen da. Alter, wie doof bin ich? Ente, gib mir das Passwort. Gib mir das Passwort. Ja, ich geb dir das Passwort. Das ist okay, Alter. Ich geb's dir, Mann. Danke. Äh, eins, 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 eins. Aber da gibst du auch ein bisschen was davon ab. Ey! Eins, 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 eins. Oha! Junge, Alter. Hey, Junge, Verräter. Was? Äh, willst du den Koffer wieder haben? Ja, bitte. Ich schmeiß noch kurz weiter. Das weg, das brauche ich hier nicht mehr. Ey, gib die mir her. Ich brauche alles. Hey, okay, du kannst den Koffer wieder haben, mein Bro. Junge, Alter, bist du aus meinem Koffer? Save Flair gemacht. Okay, finde ich schön. Danke, du bist der beste Freund, den es jemals gab, Alter. Ich mag dich einfach als Person. Jol, da ist nur noch ein Admiral-Block drin, dein Ernst. Du hast so einen guten Charakter, Alter. Jol, du hast alles gescapt von mir. Du hast so einen guten Charakter, Alter. Du bist ja noch mein bester Freund. Ich habe noch nie in meinem Leben so einen guten Freund wie dich. Junge, du hast mich gescapt. Pech. Wo hast du den Koffer? Geh, hast du den im Shop oder was? Ey, da hat ein Game-Out, Alter. Das ist ein Game-Out-Koffer. Aha, gecheatet. Nein, niemals. Egal, jetzt habe ich die Admiralts. Du kannst das eh nichts mehr machen. Warum habe ich Admiralts? Weil ich es unendlich habe. Bin ich dumm? Was ist so unendlich, Alter? Junge, gib mir mal dafür was ab. Nö. Du wolltest dich teilen. Das ist dein Problem. Du hast mich erpresst. Alter, so funktioniert das Leben. So, ich gehe mal kurz deine Base schmücken. Ey, nein. Ah, ich fall runter. Ich verliere jetzt alles, Alter. Gleich ist alles von mir weg. Nein, jetzt gehen die Dinger hoch, Alter. Alles wahr. Nein, oha. Das ist ein Geschenk für dich. Nein, bitte, Alter. Ey, ich schaffe das gar nicht mehr. Ey, ich habe das super Ding, weil ich getrollt habe. Ey, man, man, das ist ein Geschenk für dich. Oha, wie viele Admiralts, Alter. Ich kann nichts kaufen. Das sind nur zwei Sechs. Ich habe noch sechs oder so. Was, Alter? Wie viele hast du? Ja, genug. Alter, die sind immer noch hier. Alpha, hilf mir. Deine goldenen Zeiten sind jetzt vorbei, Alter. Alter, ich kann halt gar nichts machen, Leute. Selbst den Admiralts kann ich gar nicht kaufen. Ey. Was geht? Was geht? Ey, ich wollte dich lieber abhauen. Oh, du hast überlebt. Ich will gerade, ich kriege ein bisschen Hunger. Was? Auf was? Äh, weiß ich. Nein, Junge, Alter, das ist sauer. Alter, du brauchst mich gar nicht zu... Was? Oha. Ich habe dich unbesiegbar. Junge. Ich habe dich unbesiegbar. Ich habe dich besiegt, einfach. Lol. Ähm, warte, wir sind gute Freunde. Junge, jetzt baue ich sein Bett ab, Alter. Jetzt bist du dran. Junge, ich kann jetzt aber fliegen, Alter. Ich baue jetzt sein Bett ab. Was geht, Alter? Ich schreie mich an dir dafür, dass du mich gescampt hast. So, warte, dein Bett ist abgebaut. Alter, es ist überhaupt nicht nötig. Alter, es ist nicht nötig. Oha, was hast du für den Crip, Alter? Alter, es ist nicht nötig, wirklich. Natürlich, Alter, ey. Du trimmst mich nicht, oder? Äh, nein, warum? Komm her, Alter, es bringt dir nichts. Alter, es ist wirklich nötig. Du musst jetzt keine bösen Dinge machen. Oha, ich habe dich bekommen, Alter. Ich habe gewonnen, Leute. Lasst ein Like, lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mal vorbei. Bis zum nächsten Video. Und tschüss. Yeah.